Kapitel 1 Kapitel 3 In diesem Kapitel beschreiben wir, soweit dies mit Worten möglich ist, was Erleuchtung ist. Kapitel 4 Welche Bedeutung das Karma für den Buddhisten hat, erfahren Sie in Kapitel 4. Kapitel 5 In diesem Kapitel finden Sie zehn Ratschläge, wie Sie mit den Einsichten aus Buddhas Lehren Alltagsprobleme bewältigen können. Kapitel 1 Leben und Lehren des historischen Buddha Man nimmt an, dass Shakyamuni Buddha, der Gründer des Buddhismus, von 563 bis 483 v. Chr. lebte. Geboren als Prinz Siddhartha, war er Erbe einer Herrschaftsfamilie und gab später seinen königlichen Lebensstil auf, um nach Wegen zur Beendigung allen Leidens zu suchen. Diese Suche führte ihn zu dem berühmten Bodhi-Baum. Bodhi bedeutet Erleuchtung, unter dem er im Alter von 35 Jahren die Buddhaschaft, das vollkommene Erwachen erlangte. Dieses Erwachen brachte ihm den Namen Shakyamuni ein, der Weise der Shakyas. Schon als junger Prinz zeigte er seine hohe Intelligenz, aber etwas in seinem Charakter machte seinem Vater Sorgen. Das Kind war außergewöhnlich freundlich und empfindsam, zu sanft, um über ein Volk zu herrschen. Er war nicht an den rauen Spielen seiner Spielgefährten interessiert und verbrachte seine Zeit lieber mit der Pflege der Tiere, die auf dem Gut des Palastes lebten. Der König fürchtete, dass Siddharthas empfindsame Natur ihn dazu veranlassen könnte, das königliche Leben vorzeitig aufzugeben, so dass er alles Mögliche unternahm, um die raue Wirklichkeit des Lebens vor seinem Sohn zu verbergen. Der Beginn der Suche Doch selbst die besten Pläne von Höflingen und Königen scheitern manchmal. Eines Tages sang ein Palastmusiker Siddhartha und seiner Frau ein Lied über die Schönheiten und Wunder der Welt vor. Von den Beschreibungen neugierig gemacht, bat der Prinz seinen Vater um die Erlaubnis, durch die Tore des Palastes hinauszugehen, um selbst zu sehen, was es dort draußen gab. Siddhartha war zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt, und sein Vater erkannte, dass die Zeit für seinen Sohn gekommen war, sein Königreich kennenzulernen, über das er eines Tages herrschen würde. Deshalb erteilte der König die Erlaubnis für einen Ausflug. Bei seinem vierten Ausflug schließlich entdeckte Siddhartha, was er zu tun hatte. Bei dieser Gelegenheit sah er einen Wanderer. Trotz seines schäbigen Aussehens besaß dieser Mann eine bemerkenswerte Ruhe und Entschlossenheit. Als der Prinz ihn fragte, wer er sei, antwortete der Mann, Ich bin ein Mann, der sein häusliches Leben aufgegeben hat, um nach einem Weg aus dem Leiden der Welt zu suchen. Plötzlich sah Siddhartha seine Bestimmung klar vor sich. Er wusste, dass auch er seinen Lebensstil würde aufgeben müssen, um sich selbst vollkommen der spirituellen Suche zu widmen. Nachdem Siddhartha erkannt hatte, dass er nicht länger in den Grenzen des königlichen Lebens eingesperrt bleiben konnte, bat er seinen Vater, um die Erlaubnis zu gehen. Der König verbot dem Prinzen, strikt zu gehen und ließ an allen Ausgängen des Palastes Wachen aufstellen, um sein Weggehen zu verhindern. Doch der Prinz war entschlossen zu gehen, und so schlich er sich eines Nachts an den schlafenden Musikern, Tänzerinnen und Dienern vorbei nach draußen. Dem königlichen Leben entsagen. Siddhartha war jetzt allein, und als erstes legte er die Zeichen seiner königlichen Herkunft ab. Er schnitt sein langes, weilendes Haar ab, tauschte seine edle Kleidung gegen das grobe Tuch eines Waldbewohners und machte sich, seinem früheren Leben vollkommen entsagend, auf die Suche nach jemandem, der ihm bei seinem Streben helfen könnte. Nach seiner großen Entsagung traf Siddhartha zwei spirituelle Lehrer und studierte bei ihnen. Obwohl er schnell die Meditationstechniken beherrschte, die sie ihm beibrachten, erkannte er, dass die Techniken zwar hilfreich, aber unzureichend waren, um ihm die vollständige Befreiung vom Leiden zu bringen, die er anstrebte. Siddhartha hörte von einem Wald im Königreich Magadar, in dem sich oft Asketen versammelten und dort meditierten. Er beschloss, dort hinzugehen und sich ihnen anzuschließen. In diesem Wald fand Siddhartha fünf andere Asketen, die bereits strenge Übungen durchführten. Die Asketen hofften, dass sie das Leiden durch die bloße Stärke ihrer Willenskraft überwinden könnten, indem sie die vollständige Kontrolle über ihre Sinne gewinnen und extreme Schmerzen und Strapazen aushalten würden. Siddhartha übte sich ebenfalls in diesen Praktiken und bald überzeugten seine außerordentliche Konzentration und Entschlossenheit, seine neuen Gefährten, dass er, der Neuling, der einzige von ihnen war, der das endgültige Ziel erreichen würde. Damit begann das später sogenannte Sechsjährige Fasten. Siddhartha saß Tag und Nacht, den Elementen ausgeliefert. Er aß immer weniger, bis er nichts als ein paar Samenkörner zu sich nahm, die zufällig in seinen Schoß geweht wurden. Sein Körper, der einmal so prächtig und attraktiv war, welkte dahin. Schließlich war Siddhartha durch seine Übungen wenig mehr als ein lebendiges Skelett. Aber noch immer blieb er bei seinen Übungen. Schließlich zog Siddhartha eines Tages Bilanz. Er stellte fest, dass er in seinem geschwächten Zustand nicht so klar wie früher denken konnte. Deshalb war er weiter von seinem Ziel entfernt als bei seinem Aufbruch sechs Jahre zuvor. Er erkannte, dass er, falls er jemals Erfolg haben wollte, einem mittleren Weg zwischen Genusssucht und extremer Selbstverleugnung folgen müßte. Siddhartha setzte sich auf. Bald danach kam die Frau eines Hirten in den Wald, um den Waldgeistern ein Opfer darzubringen. Sie hatte schon oft zu den Waldgeistern gebetet, um einen Jungen zu bekommen. Jetzt, nachdem sie das so sehnlichst gewünschte Kind geboren hatte, kam sie in den Wald, um den Geistern als Dank eine Schale mit einem speziell zubereiteten Milchreis darzubringen. Als sie Siddhartha dort sitzen sah, hielt sie ihn irrtümlich für den König der Geister, die ihr geholfen hatten, und bot ihm das nahrhafte Opfer mit großer Verehrung dar. Als seine fünf Asketengefährten sahen, wie er dieses gute Mal annahm, waren sie tief enttäuscht. Sie dachten, Siddhartha habe sein Streben aufgegeben und verließen empört den Wald, entschlossen, ihre Praktiken an anderer Stelle fortzusetzen. Nachdem er gegessen hatte und sein Körper, sein Strahlen und seine Stärke zurückgewonnen hatte, dankte Siddhartha der Frau. Er erzählte ihr, dass er nicht der Geist sei, für den sie ihn gehalten hatte, sondern nur ein menschliches Wesen auf der Suche nach dem Weg zur Überwindung aller Leiden. Und wegen ihres Opfers fühlte er sich nun stark genug, um Erfolg zu haben. Siddhartha überquerte den Fluß und kam zu einem großen Feigenbaum, der später als der Buddibaum, Baum der Erleuchtung, bekannt wurde. Mit einigen Bündeln Gras bereitete er sich ein Kissen und setzte sich mit dem Gesicht nach Osten nieder. Er tat dies entschlossen und mit der Gewissheit, sich erst wieder von diesem Sitz zu erheben, wenn er die vollkommene Erleuchtung erlangt hätte. Es war die Vollmondnacht im vierten indischen Monat. Als schließlich der Mond unterging und die Sonne des nächsten Tages aufstieg, erreichte Siddhartha das Ziel, die vollkommene Erleuchtung. Er war nicht mehr nur ein Prinz, er war jetzt ein Erwachter, ein Buddha. Zum Wohle anderer Leben Nicht alle Lehren eines Buddhas werden mündlich gegeben. Ein Buddha liefert auch durch seine Gegenwart spirituelle Inspirationen und Unterweisungen und kann sogar durch schweigende Gesten weitreichende Bedeutungen vermitteln. Aber in seinem Leben hielt Shakyamuni Buddha viele Lehrreden. Die erste Lehrrede hatte die vier edlen Wahrheiten zum Inhalt, über die Sie im zweiten Kapitel etwas hören werden. Schließlich entschied Shakyamuni im Alter von 80 Jahren, nachdem er ein Leben lang anderen selbstlos und mitfühlend gedient hatte, dass er allen geholfen hatte, denen er helfen konnte. Indem er sich in immer tiefere meditative Zustände versenkte, starb der Buddha am 46. Jahrestag seiner Erleuchtung. Kapitel 2 Die Bedeutung des edlen achtfachen Pfads In seiner ersten Lehrrede führte Shakyamuni die vier edlen Wahrheiten ein, die die Grundlage seiner Lehre bildeten. Je besser Sie diese vier Wahrheiten verstehen, desto besser können Sie begreifen, worum es im Buddhismus geht. Bei den vier edlen Wahrheiten handelt es sich um die Wahrheiten vom Leiden, von der Ursache des Leidens, von der Aufhebung des Leidens, vom Pfad, der zur Aufhebung des Leidens führt und als der edle achtfache Pfad bezeichnet wird. Die vier edlen Wahrheiten Bestimmte Erfahrungen im Leben sind so schmerzlich, dass niemand Schwierigkeiten damit hat, sie als Leiden zu identifizieren. Beispielsweise machen Kopfschmerzen keinen Spaß. Selbst wenn sie sich körperlich nicht unwohl fühlen, treten zahllose mentale und emotionale Schwierigkeiten auf. In seiner Lehre erwähnte Buddha insbesondere folgende Dinge, die unangenehm sind. Mit Unliebem vereint sein, das heißt, bekommen, was man nicht mag. Von Liebem getrennt sein, das heißt, getrennt werden von dem, was man mag. Nicht erlangen, was man begehrt. Nachdem er in der ersten der vier edlen Wahrheiten darauf hingewiesen hatte, wie allumfassend das Leiden ist, sprach Buddha dann die unausgesprochene Frage an. Woher kommt all dieses Elend? Was ist sein Ursprung, seine Ursache? Er beantwortete diese Frage mit der zweiten edlen Wahrheit. Alles Leiden hat ohne Ausnahme seine Ursache in der begierigen Anhaftung. Anders ausgedrückt, solange sie sich von ihren unersättlichen Begierden verleiten lassen, werden sie von einer unbefriedigenden Lebenssituation in die nächste gezogen und lernen nie wahren Frieden und wahre Befriedigung kennen. Die dritte edle Wahrheit, die Wahrheit von der Aufhebung des Leidens, ist Buddhas mutige Erklärung, dass es tatsächlich ein Ende des Leidens gäbe. Es geht hier nicht um einen kurzen Ausstieg aus dem Zyklus der Unzufriedenheit, sondern um die vollständige Überwindung des Leidens. Buddha war von dieser Erklärung überzeugt, weil er selbst die Befreiung erfahren hatte und klar erkannte, dass nichts jemanden davon abhalten kann, dieselbe Erfahrung zu machen. Die vierte und letzte edle Wahrheit enthält eine Anleitung, die zur Aufhebung des Leidens und den damit verbundenen Erfahrungen der spirituellen Befreiung und Erleuchtung führt. Die Lösung besteht darin, das anhaftende Begehren aus ihrem Herzen und ihrem Geist zu entfernen. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, lassen Sie los. Lassen Sie alle unrealistischen Erwartungen los. Lassen Sie alles schädliche Verhalten los. Lassen Sie Anklammerung an Leute, an Ihren Besitz und sogar an Ihren eigenen Körper los. Lassen Sie sich schließlich selbst los. Buddhas Lehre zufolge entspricht die Reinigung Ihres Geistes von aller durch Nichtwissen erzeugten Anhaftung der Eindämmung eines Flusses an seiner Quelle. Der Fluss des unerwünschten Leidens wird von selbst austrocknen. Die Anweisungen der vierten edlen Wahrheit, wie das Leiden aufgehoben werden kann, werden als der achtfache Pfad bezeichnet. Sie werden durch die acht Speichen des Rades der Leere symbolisiert. Dieses Rad können Sie sich wie ein altmodisches Steuerrad auf einem Dampfer vorstellen. Auf dem Weg zur Aufhebung des Leidens Das spirituelle Leben, egal ob buddhistisch oder anders ausgerichtet, wird oft als ein Pfad oder Weg bezeichnet, weil es Sie dorthin führt, wo Sie im Grunde Ihres Herzens hingehen wollen. Doch Sie dürfen nicht den Fehler machen, zu glauben, dieser Weg läge außerhalb von Ihnen. Wie die Ursache des Leidens liegt der Weg zu den höchsten spirituellen Zielen in Ihnen, in dem, was Sie denken, sagen und tun. Sie müssen den Weg als Metapher begreifen. Auch wenn Sie einem Weg folgen, gehen Sie geografisch nirgendwo hin. Es ist nicht so, dass das Leiden sich irgendwo hier und die Befreiung in einem anderen Land befindet. Einige buddhistische Traditionen sprechen hier von dem weglosen Weg, dem Weg ohne Weg oder dem Weg ohne Ziel. Diese paradoxen Formulierungen sollen die Unmittelbarkeit der spirituellen Erfahrung betonen und Ihnen helfen, sich von der Erwartung, die selbst ein Hindernis sein kann, zu befreien, dass die Erleuchtung irgendwo anders als genau hier, genau jetzt stattfindet. Sie sollten an diese Hinweise zur Erleuchtung denken, wenn wir Ihnen jetzt die acht Unterteilungen des Weges erklären, der zur Aufhebung des Leidens führt. Der Weg beginnt, wenn Sie selbst erkennen, dass Leiden und Unzufriedenheit die gesamte normale, unerleuchtete Existenz durchdringen. Wenn Sie Ihre Situation verbessern wollen, müssen Sie die einsichtsvolle Weisheit entwickeln, die diese korrekte Ansicht klar in Ihrem Bewusstsein hält. Rechtige Sinnung oder rechte Absicht bedeutet, selbstsüchtige Einstellungen aufzugeben, die zu weiterem Leiden führen und sie durch das Gegenteil zu ersetzen. Anstelle von Gedanken, die Ihnen selbst und anderen schaden, kultivieren Sie die Absicht, allen Glück zu bringen. Rechtes Reden Weil Ihre Worte einen starken Einfluss auf andere haben und auch Ihre eigene spirituelle Entwicklung beeinflussen können, ist es wichtig, rechtes Reden zu kultivieren. Dazu gehört es, Worte zu sagen, die wahr sind, die angenehm anzuhören sind und was am wichtigsten ist, die andere fördern. Rechtes Handeln So wie rechtes Reden bedeutet, mit Ihren Worten keinen Schaden anzurichten, bedeutet rechtes Handeln, keinen Schaden mit Ihren Handlungen zu verursachen. Statt andere durch Ihre Handlungen zu verletzen, streben Sie danach, Ihnen zu helfen und Sie zu schützen. Sie können Ihren Lebensunterhalt auf vielen verschiedenen Wegen verdienen. Aber wenn Sie beabsichtigen, mehr als nur materiellen Reichtum zu erlangen, sollten Sie Beschäftigungen vermeiden, die mit der Schädigung oder Täuschung anderer verbunden sind. Natürlich ist ein Beruf, in dem Sie anderen zu Diensten sein können, eine ausgezeichnete Methode, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber selbst wenn Sie keinen solchen Beruf haben, können Sie dafür sorgen, dass Sie ehrlich und freundlich mit anderen umgehen. Rechtes Streben Diese Art des Strebens bezieht sich auf Ihre spirituellen Übungen. Statt faul und nachlässig zu sein, sollten Sie sich laufend, doch unverkrampft bemühen, sich der Dinge bewusst zu werden, die in Ihrem Geist auftauchen. Wenn dies negative Gedanken sind, sollten Sie sich von Ihnen nicht überwältigen lassen. Wenn Sie positiv sind, sollten Sie sich freuen. Rechte Achtsamkeit Achtsamkeit, genau darauf zu achten, was in diesem Moment passiert, ist auf allen Stufen der spirituellen Praxis wichtig. Statt Gedanken an die Vergangenheit nachzuhängen oder über die Zukunft zu fantasieren, sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Augenblick fokussiert halten. Dieser Rat gilt nicht nur für Ihre Meditation, sondern auch für Ihre alltäglichen Aktivitäten. Dabei werden Ihre alltäglichen Aktivitäten bei einer starken Achtsamkeit zu einer Form der Meditation. Rechtes Sich-Versenken Um eine tiefe Einsicht in die Natur der Wirklichkeit zu entwickeln, muss Ihr Geist geschärft und frei von Ablenkung und Trägheit sein. Indem Sie die rechte Sammlung praktizieren, werden Sie schließlich in der Lage sein, Ihre volle Aufmerksamkeit auf jedes Objekt Ihrer Wahl zu richten und ohne abzuschweifen, auf ihm zu halten. Diese Fähigkeit, Ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, versetzt Sie in die Lage, Einsichten, die das Leben verändern, zu erlangen. Ohne rechte Sammlung werden Ihre Auffassungen oberflächlich bleiben. Kapitel 3 Was ist eigentlich Erleuchtung? Auch wenn unsere auf schnelle Lösungen bedachte Kultur diesen Begriff trivialisiert hat, ist die Erleuchtung im Buddhismus der Höhepunkt des spirituellen Weges. Dafür benötigt der Buddhist ein ganzes Leben der Praxis und des Studiums. Die Facetten der spirituellen Verwirklichung Wenn man den Geschichten über große Mystiker und Weise auf der ganzen Welt glaubt, hat die spirituelle Erfahrung eine überwältigende Vielfalt von Formen und Inhalten. Einige indianische Schamanen versetzen sich in Bewusstseinszustände, in denen sie in andere Dimensionen reisen, um Verbündete und Heilmittel für ihre Stammesmitglieder zu finden. Einige Hindus erfahren mächtige Energiestöße, die sogenannte Kundalini-Energie, und werden dadurch in einen Zustand der Glückseligkeit versetzt, der stundenlang dauern kann oder indem sie sich mit Gottheiten wie Shiva oder Kali vereinigen. Christliche Heilige und Mystiker hatten Visionen von Jesus, sahen sich von Engeln besucht und manifestierten an Händen und Füßen Zeichen, die den Wundmalen Christi bei der Kreuzigung ähneln. Diese Erfahrungen veränderten ihr Leben. Das Alte Testament der Bibel enthält zahlreiche Erzählungen über Propheten und Patriarchen, die Jehova in der einen oder anderen Form begegnen, das Feuer in dem brennenden Dornbusch, die Stimme im Wirbelsturm. Derartige tiefgreifende Erfahrungen können eine spirituelle Transformation bewirken. Doch sind sie immer das, was im Buddhismus als Erleuchtung verstanden wird? Die meisten buddhistischen Schulen spielen sogar die Bedeutung von Visionen, Stimmen, Kräften, Energien und veränderten Bewusstseinszuständen mit der Begründung herunter, dass sie den Praktizierenden vom wahren Zweck des spirituellen Bemühens ablenken. Gemäß der buddhistischen Grundlehre der Vergänglichkeit kommen und gehen selbst die stärksten spirituellen Erfahrungen wie Wolken am Himmel. Durch die Übungen soll eine Wahrheit erkannt werden, die so tief und grundlegend ist, dass sie sich nicht ändert, weil sie gar keine Erfahrung, sondern die Natur der Wirklichkeit selbst ist. Diese unbestreitbare, unwandelbare Erkenntnis wird als Erleuchtung bezeichnet. Damit sind wir wieder bei den vier edlen Wahrheiten, die zu den zentralen Lehren Buddhas zählen. Sie erklären die Natur und die Ursache des Leidens und beschreiben einen achtfachen Pfad zu seiner Überwindung. Dieser achtfache Pfad gipfelt in der Erleuchtung oder endgültigen Befreiung, in der sich jedes Gefühl der Trennung auflöst und damit auch die negativen Gefühle und Geisteszustände wie Gier, Ärger, Eifersucht, Begehren oder Furcht, die auf der Illusion der Trennung beruhen. Laut Buddha verfügen alle Wesen über dasselbe Potenzial zur Erleuchtung wie er. Statt sich als Ausnahmeerscheinung oder Sonderfall zu betrachten, betonte Buddha, dass er nur ein menschliches Wesen mit denselben inneren Impulsen und Versuchungen sei. Eine der Wahrheiten, zu denen er unter dem Bodhibaum erwachte, war diese essentielle spirituelle Gleichheit. Das Einzige, was ein gewöhnliches Wesen von einem Buddha unterscheidet, so lehrte Buddha, sind die verzerrten Auffassungen, Anhaftungen und negativen Emotionen, die die Wahrheit verhüllen. Alle Traditionen des Buddhismus würden zweifellos mit den grundlegenden Lehren über die Erleuchtung übereinstimmen. Denn diese Lehren sind Inhalt der allerersten und universell akzeptierten Lehrreden Buddhas. Die Traditionen unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Auffassung, was der Inhalt der Erleuchtung sei und mit welchen Mitteln sie erreicht werden kann. Was ist eigentlich das Ziel des spirituellen Lebens? Wozu erwacht man? Und wie kommt man dorthin? Ob sie es glauben oder nicht, die Antworten auf diese Fragen wandelten sich im Laufe der Jahrhunderte, in denen sich der Buddhismus entwickelte. Die meisten Traditionen glauben, dass ihre Version der Erleuchtung mit der des Buddha übereinstimmt. Einige behaupten sogar, dass ihre Version die einzig wahre sei, die tiefere, geheime Erkenntnis, die Buddha zu Lebzeiten nicht zu enthüllen wagte. Andere Kommentatoren bestehen darauf, dass die Verwirklichung späterer buddhistischer Meister sowohl Praxis als auch Erleuchtung in Dimensionen trug, die Buddha selbst nie vorhergesehen hatte. Klar ist, die Wahrheit ist strittig. Die Traditionen unterscheiden sich in wichtigen Fragen. Merke, während Sie diesem Hörbuch lauschen, sollten Sie sich eine alte buddhistische Weisheit vergegenwärtigen. Ein gemalter Kuchen stillt den Hunger nicht. Sie können sich den ganzen Tag Bilder des verlockendsten Gebäcks anschauen. Doch Ihr Hunger verschwindet erst, wenn Sie in den echten Kuchen beißen. Ähnlich können Sie Dutzende von Büchern über die Erleuchtung lesen oder anhören, doch wovon sie handelt, verstehen Sie erst, wenn Sie selbst die Erfahrung machen. Also nicht nur zuhören, sondern auch praktizieren. Die Aspekte der buddhistischen Erleuchtung Obwohl die Erfahrung der Erleuchtung in den verschiedenen buddhistischen Traditionen unterschiedlich beschrieben wird und sie verschiedene Ansätze verfolgen, gibt es innerhalb der Traditionen doch bemerkenswerte Ähnlichkeiten. Die Erleuchtung signalisiert das Ende der Illusion von der Verschiedenheit. Beachten Sie, dass wir Illusion sagen, weil der Buddhismus lehrt, dass die Verschiedenheit nicht überwunden wird, sondern Sie zu der Tatsache erwachen, dass sie niemals existiert hat. Wenn Sie erleuchtet sind, sehen Sie sich nicht mehr als eine isolierte Wesenheit in Ihrem Körper oder Kopf, die mit einer Welt separater Objekte und anderen Wesenheiten konfrontiert ist. Stattdessen sehen Sie die Wirklichkeit als ein fortdauerndes Ganzes mit voneinander abhängigen Teilen. Unabhängig davon, ob diese Wirklichkeit aus Nichtwesenhaftigkeit, Leerheit, wahrer Natur, Geist, Bewusstsein oder stetig im Fluss befindlichen Phänomenen besteht. Auf einer relativen Ebene kennen Sie natürlich immer noch den Unterschied zwischen Ihrem Körper und dem Ihres Nachbarn. Lassen Sie Ihre Schlüssel im ungünstigsten Augenblick im Auto liegen, zahlen Ihre Rechnungen oder vergessen Sie zu bezahlen und wünschen Sie Ihren Kindern, nicht Fremden, gute Nacht. Die Erleuchtung bringt auch das Ende von Gier, Hass, Verblendung und Furcht und bringt einen unerschütterlichen, unbeschreiblichen Frieden, Freude, liebendes Mitgefühl und Erbarmen für andere hervor. Diese positiven Qualitäten sind der natürliche Ausdruck der erleuchteten Sicht, die sich mit der vollkommenen Verwirklichung einstellt. Es gehört zur Erleuchtung, voll in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Beachten Sie, dass einige Erleuchtete wie die Waldmönche weniger in der Welt sind als andere. Sie können das Spiel des Lebens niemals wieder ernst nehmen. Sie haben die scheinbare Festigkeit und Bedeutung der materiellen Existenz und ihrer Beschäftigungen durchschaut und sind nicht mehr in ihnen verfangen, weil sie die leere oder substanzlose vergängliche oder immanent perfekte Natur aller Ereignisse klar verstehen. Sie gehen mit einem Lächeln auf den Lippen und Liebe im Herzen durchs Leben. Sie helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Sie inspirieren zu Glück und Freiheit, wohin sie auch gehen. Kapitel 4 Das eigene Karma ins Reine bringen Eines der grundlegendsten Prinzipien der buddhistischen Praxis ist, sorgfältig auf seine Handlungen, Worte und Gedanken zu achten. Oder anders ausgedrückt, sich um sein Karma kümmern. Der Buddhismus lehrt, dass Sie für Ihr Leben verantwortlich sind. Ob Sie glücklich oder traurig sind, ob Sie angenehme oder schmerzhafte Situationen erleben, liegt im Grunde bei Ihnen. Sie können entdecken, wie Sie die Erfahrungen Ihres Lebens steuern können und wie Ihr heutiges Verhalten Ihre künftige Lebensumstände bestimmt. Die Buddhisten glauben, dass sie bestimmte Ergebnisse erzielen, wenn sie sich auf eine bestimmte Art und mit einer bestimmten Absicht verhalten. Insbesondere, wenn sie aus positiven Motiven heraus mitfühlen, zum Wohle anderer handeln, werden sie als Folge davon angenehme Erfahrungen machen. Doch wenn Ihr Verhalten schädlich oder zerstörerisch ist, wird der Schaden später auf Sie zurückfallen. Dieses Muster wird als das karmische Gesetz von Ursache und Wirkung bezeichnet. Das Karma ähnelt anderen Arten von Ursache-und-Wirkung-Beziehungen, beispielsweise der Beziehung zwischen einem Samen und einem Sprössling. Wenn Sie einen Karottensamen pflanzen, bekommen Sie eine Karotte, keinen Kohlkopf. Doch laut der Lehre des Buddhismus sind die Absichten, die die Handlungen antreiben, wichtiger als die Handlungen selbst. Wenn Sie aus Versehen einen Käfer zerquetschen, hat das für Sie minimale oder keine karmischen Konsequenzen, weil Sie ihn nicht gesehen haben und deshalb nicht die Absicht hatten, ihn zu verletzen oder zu töten. Aber wenn Sie ein Insekt absichtlich, besonders aus Ärger oder Bosheit, zerquetschen, fällt die karmische Gerechtigkeit auf Sie zurück. Merke, wenn wir über Karma reden, geht es nicht um Belohnungen oder Bestrafungen. Sie sind kein böser Bube, wenn Sie bei Ihrer Steuererklärung schummeln oder ein gutes Mädchen, wenn Sie einer alten Dame über die Straße helfen. Das Gesetz des Karma ist kein Ersatzgericht, sondern ungemein praktisch. Denn, wenn Sie mit Hass handeln, werden Sie künftig Hass erfahren. Wenn Sie mit Liebe handeln, werden Sie im Gegenzug Liebe erfahren. Um die Metapher des Samens aufzugreifen, was Sie säen, werden Sie ernten. Karmische Konsequenzen erfahren Auch wenn die grundlegende Idee des Karma einfach ist, positive Ursachen haben positive Wirkungen, negative Ursachen haben negative Wirkungen, ist das Karma selbst ziemlich komplex. Das Karma kann sich auf verschiedene Arten entwickeln oder reifen. Beispielsweise ist ein brutaler, hasserfüllt begangener Mord eine außerordentlich negative Handlung. Wenn sich der Mörder nicht von dieser mächtigen Negativität befreit, anders ausgedrückt, wenn er sein Karma nicht reinigt, muss er die Folgen seines Handelns tragen. Diese Folgen können sein, in diesem Leben kann jemand von schmerzhaften, turbulenten Gefühlen wie Schuld, Angst oder noch mehr Wut gepeinigt werden. Und wegen der Negativität, die er nach außen projiziert, ist es wahrscheinlicher, dass er selbst Opfer einer Gewalttat wird. Nach diesem Leben kann er in einer Sphäre extremer Leiden wiedergeboren werden. Wenn er als Mensch wiedergeboren wird, kann er ein kurzes Leben voller Krankheiten und anderer Schwierigkeiten haben. Sein zukünftiges Leben als Mensch wird in einer Umgebung stattfinden, die seiner Gesundheit schadet. Selbst als Kind kann er in einem künftigen Leben sadistische Züge zeigen, etwa indem er aus purer Bosheit kleine Tiere tötet. Mit dieser Art von negativer Veranlagung, anderen zu schaden, pflanzt er weitere Samen für noch größeres Leiden in der Zukunft. Diese Folge des negativen Karma ist die schlimmste, weil sie immerfort weiteres Elend für ihn und andere auslöst. Der Zeitabstand zwischen der Ursache und ihrer Wirkung ist ein weiterer Grund dafür, warum Karma nicht so leicht zu verstehen ist. Diese Verzögerung erklärt, warum es grausamen, korrupten Menschen zumindest zeitweilig gut gehen kann, während mitfühlende, moralisch handelnde Menschen leiden können. Zwischen ihrer Handlung, zum Beispiel jemanden zu betrügen und der Reaktion, die sie erfahren, zum Beispiel selbst betrogen zu werden, kann ungeheuer viel Zeit vergehen. Dasselbe gilt auch für positive Handlungen. Es kann lange dauern, bis sich die Ergebnisse zeigen. Selbst wenn einige karmische Auswirkungen ziemlich schnell reifen, erfahren sie die Folgen meist erst nach einem oder mehreren weiteren Leben. Buddhas ethischem Vorbild folgen Als Shakyamuni Buddha in der Nacht seiner Erleuchtung unter dem Bodhibaum saß, erlangte sein Geist eine außerordentliche Stufe der Klarheit. Unter anderem sah er das Muster von Ursache und Wirkung in seinem vorangegangenen Leben. Er sah, wie seine Handlungen in früheren Leben zu Ereignissen führten, die ihm im späteren Leben widerfuhren. Dies war keine theoretische Erkenntnis. Buddhisten glauben, dass er diese Muster so klar und direkt mit seinem Geist wahrnehmen konnte, wie sie Farben und Formen mit ihren Augen wahrnehmen können. Als seine Zeit als spiritueller Lehrer gekommen war, konnte Buddha auch sehen, wie das karmische Gesetz von Ursache und Wirkung auch das Leben anderer formte. Er konnte die genauen historischen Ursachen ihrer gegenwärtigen Probleme erkennen und die Gründe für ihr Glück verstehen. Weil er ihre Vergangenheit so gut verstand, wusste er intuitiv, welcher Weg für jeden Einzelnen am wirksamsten war, um einen spirituellen Fortschritt zu erzielen. Man könnte sagen, dass Buddha, weil er sah, wie jede Person ihre eigenen karmischen Knoten knüpfte, ihr präzise raten konnte, wie sie den Knoten am besten auflösen konnte. Die buddhistischen Verhaltensgebote Buddhas Lehren über das Karma sind sehr umfangreich. Glücklicherweise haben die verschiedenen Traditionen im Laufe der Jahrhunderte die Ratschläge wie in der folgenden Gebotsliste zusammengefasst. Die fünf grundlegenden Gebote werden von Laien in der ganzen buddhistischen Welt rezitiert. Sie sind wahrscheinlich die einfachsten und universellsten. Diese Gebote lauten Nicht töten Nicht stehlen Niemanden sexuell missbrauchen Nicht lügen Keine berauschenden Mittel einnehmen Daneben gibt es das große Gelübde Eine Art von Initiation in die buddhistische Gemeinschaft. Es umfasst die drei reinen Gebote Böses unterlassen Gutes tun Gutes für andere bewirken sowie die drei Zufluchten zu Buddha zu seinen Lehren und zur Mönchsgemeinde Mit Verstößen umgehen Mit seinen Lehren über Ursache und Wirkung oder heilsame und unheilsame Handlungen wollte Buddha seine Schüler nicht ängstigen sondern sie vor Leiden schützen. Schließlich wird er nicht umsonst als mitfühlender Buddha bezeichnet. Doch was bedeutet sein Rat für diejenigen die trotz dieser Lehren oder unwissentlich Fehler begehen? Die buddhistischen Traditionen beantworten diese Frage unterschiedlich. Wir gehen hier auf die Sühne von Fehlern und den Abbau von negativem Karma ein. Verstöße gegen den Kodex bekennen Als Buddha anfing zu lehren bat ihn Shariputra einer seiner wichtigsten Schüler für die Gemeinde der Mönche einen Kodex von Regeln zu formulieren. Buddha lehnte ab weil die Mönchsgemeinde zu diesem Zeitpunkt keinen Kodex benötigte da selbst die am wenigsten fortgeschrittenen Mönche ihren Weg zum spirituellen Erwachen fest im Auge hatten. Die Bedingungen änderten sich jedoch als die Mönchsgemeinde größer wurde. Deshalb entwickelte sich allmählich ein Verhaltenskodex um die Mönche vor dem Einfluss von Anhaftung Hass und Nichtwissen zu schützen die Harmonie in der Mönchsgemeinde zu gewährleisten die guten Beziehungen zwischen der Mönchsgemeinde und der größeren Laiengemeinde zu erhalten. Diese Regeln für Mönche wurden nicht auf einmal erlassen sondern entwickelten sich im Laufe der Zeit aus der Praxis heraus wenn Buddha für bestimmte Einzelfälle Verhaltensregeln aufstellte. Schließlich gab es mehr als 200 Regeln. Es wurde Brauch alle zwei Wochen und zwar bei Neumond und bei Vollmond eine Versammlung abzuhalten bei der diese Regeln laut rezitiert wurden. und einzelne Mönche vortraten um ihre Verstöße zu bekennen. In der Theravada Tradition des Buddhismus kann sich ein Mönch in einer Art täglicher Beichte auch einem anderen Mönch gegenüber zu seinen Fehlern bekennen. Laienanhänger dieser Tradition können bei einer Übertretung der Gebote ihr Gelübde vor einem Mönch vor einem Buddha Bild oder auch nur im Geiste erneuern und die Praxis eines tugendhaften Lebens wieder aufnehmen. Die meisten Regeln des Mönchischen Kodexes betreffen viel weniger schwerwiegende Verstöße. Verstöße werden im Allgemeinen dadurch gesühnt, dass der Betreffende einen Verstoß ehrlich gesteht. Der Theravada Tradition des Buddhismus zufolge löscht ein solches Geständnis des Fehlverhaltens das negative Karma nicht aus, das durch den Regelverstoß erzeugt wird. Aber es stärkt die Entschlossenheit der Person, diese Regel nicht noch einmal zu brechen. Außerdem signalisiert das Geständnis den anderen Mitgliedern der Mönchsgemeinde, dass die Person immer noch beabsichtigt, dem Weg des mönchischen Lebens so rein wie möglich zu folgen. Negatives Karma abbauen Laut Theravada Tradition kann negatives Karma durch ein tugendhaftes Leben und die Kultivierung der Einsicht abgebaut werden. Doch einige Handlungen, wie etwa das Töten der Eltern, sind karmisch so belastet, dass ihre karmische Last möglicherweise nicht vollkommen abgebaut werden kann. Im Zen-Buddhismus wird schlechtes Karma durch einen Prozess der Buße abgebaut. Zusätzlich zu dem Geständnis des Fehlverhaltens und dem Entschluss, sich nicht wieder so zu verhalten, wird die Buße im Zen als Gelegenheit begriffen, die karmische Bilanz auszugleichen und zu der ursprünglichen Reinheit ihrer wahren Natur zurückzukehren. Zen-Buddhisten rezitieren folgende Verse in unterschiedlicher Übersetzung in der Bußzeremonie und auch als Präambel anderer wichtiger Zeremonien, um zu gewährleisten, dass sie auf dem Boden der Reinheit ihrer wahren Natur stehen. Alles böse Karma, das ich mir seit ewigen Zeiten aufgeladen habe, weil meine Gier, mein Ärger und mein Nichtwissen ohne Anfang sind, dass ich aus meinem Körper, meinem Mund und meinem Denken geboren habe. Jetzt bereue ich alles. Kapitel 5 Vom Nirvana und der Befreiung vom Leiden Auch wenn sie bisher nicht viel über Buddhismus gewusst haben, was sich hoffentlich mit diesem Hörbuch geändert hat, sind wir ziemlich sicher, dass sie bereits vom Nirvana gehört haben. Dieser Ausdruck taucht sogar im normalen Gespräch auf. Ein warmes Bad nach einem schweren Tag, so stelle ich mir das Nirvana vor. Doch was genau bedeutet Nirvana? Handelt es sich um ein Glücksgefühl, das sie Ist es eine Art buddhistischer Himmel, mit dem gute Buddhisten nach ihrem Tod belohnt werden? Keine dieser Auffassungen ist korrekt. Doch wenigstens vermitteln beide den Eindruck, dass Nirvana sei etwas wahrhaft Wundervolles, die höchste Form des Guten und etwas unbedingt Erstrebenswertes. Das Nirvana, das oft mit Erleuchtung oder Befreiung übersetzt wird, ist kein geografischer Ort, an den man gehen könnte. Es des Friedens und der Freude, den sie erreichen können, wenn sie den buddhistischen spirituellen Weg praktizieren. Das Nirvana ist ein Zustand, in den sie kommen, wenn sie sich von der Grundursache allen Leidens befreien, der Illusion eines Separaten Selbst. Genau genommen ist das Nirvana nicht einmal ein Zustand. Es ist ihr natürliches Sein, das unter Schichten verzerrter Gedanken und gewohnheitsmäßiger Muster verborgen ist. Die Zwölf Glieder des Bedingten Entstehens Eine Möglichkeit, sich dem schwer fassbaren Konzept des Nirvana zu nähern, besteht darin, zu erkennen, was sie davon abhält, das Nirvana zu erfahren. In der Lehre, die als die Zwölf Glieder des Bedingten Entstehens bezeichnet wird, beschrieb Buddha den Mechanismus, der sie im Kreislauf der Existenzenzen von Sphäre zu Sphäre treibt und sie im Leiden und in der Unzufriedenheit gefangen hält. Diese Zwölf Glieder bilden den äußeren Rand des Rades des Lebens. Stellen Sie sich die Zwölf Glieder als Bilder vor. Nicht Wissen Stellen Sie sich einen blinden Mann vor, der sich vorantastet. Er kann nicht sehen, wohin er geht, weil er durch sein Nicht Wissen geblendet ist, die Dinge und sich selbst vollkommen falsch sieht und deshalb die wahre Wirklichkeit nicht erkennt. Auch wenn das Nicht Wissen als Quelle allen Leidens sehr mächtig ist, ist der Mann schwach, weil er in diesem Nicht Wissen keine Unterstützung hat und deshalb nicht den Weg zur Weisheit findet. Triebkräfte Stellen Sie sich einen Töpfer an seinem Rad vor. In Ihrem Nicht Wissen führen Sie Handlungen des Körpers, der dieses Karma formen ein neues Leben, so wie der Töpfer aus einem Klumpen Lehm einen neuen Topf formt. Denken Sie daran, dass sogar Ihre positiven Handlungen für Sie ein weiteres Leben im Kreislauf der Existenzen verursachen, solange Sie an Ihrem falschen Bild vom Selbst, d.h. dem Nicht Wissen im ersten Glied festhalten. Natürlich wird dieses weitere Leben viel angenehmer sein als das Leben, das durch negative Handlungen geformt wird. Bewusst werden Stellen Sie sich einen Affen vor, der auf einem Baum rauf und runter klettert. Die Handlungen der Triebkräfte im vorangegangenen Glied hinterlassen in ihrem Bewusstsein Eindrücke, die in ihre künftigen Leben hinüber getragen werden. Der Affe, der den Baum rauf und runter klettert, symbolisiert diese Bewegung von Name und Gestalt Stellen Sie sich zwei Leute vor, die in einem Boot transportiert werden. Falls sie als Mensch wiedergeboren werden, geht ihr Bewusstsein, das seine Eindrücke aus der Vergangenheit mit sich trägt, schließlich in den Schoß ihrer künftigen Mutter ein und verbindet sich mit dem befruchteten Ei. Das Glied Name, hier durch einen der beiden Reisenden symbolisiert, bedeutet das mentale Bewusstsein, das sich mit dem befruchteten Das Glied Gestalt, symbolisiert durch den anderen Reisenden, bedeutet den winzigen Embryo, aus dem der neue Körper für dieses Bewusstsein erwächst. Einfach ausgedrückt, die Glieder, Name und Gestalt beziehen sich auf den Körper und den Geist des neu gezeugten Wesens im Embryonal Zustand. Sechs Sinne Stellen Sie sich ein leeres Haus vor. Wenn der Fötus in der Gebärmutter heranwächst, beginnt die Entwicklung der Grundlagen der Sechs Sinne. Doch die Sinne funktionieren noch nicht. Deshalb werden ihre Grundlagen durch ein Haus symbolisiert, das zwar nach außen vollständig wirkt, aber innen leer ist. Bewusstseinseindruck Hier stellen Sie stellen Sie sich einen Mann und eine Frau vor, die sich umarmen. Wenn sich der Fötus weiterentwickelt, sind die Sinne schließlich so weit ausgebildet, dass sie mit ihren jeweiligen Objekten in Kontakt treten. Die erste Berührung, die bei den verschiedenen Sinnesorganen zu verschiedenen Zeitpunkten erfolgt, wird durch zwei Menschen symbolisiert, die sich berühren oder küssen. Empfindungen Stellen Sie sich nun einen Menschen mit einem Pfeil im rechten Auge vor. Als Folge dieser sensorischen Berührung werden angenehme, unangenehme oder neutrale Empfindungen und Gefühle erfahren. Diese Erfahrungen beginnen im Mutterleib und setzen sich das ganze Leben lang fort. Über dieses Glied der Empfindungen ernten Sie die Ergebnisse Ihres angesammelten Karma. Angenehme Empfindungen sind die Folge tugendhafter Handlungen, Schmerzen sind die Folge unheilsamer Handlungen und neutrale Empfindungen sind die Folge von Handlungen, die weder tugendhaft noch unheilsam waren. Der Pfeil, der im rechten Auge des Menschen steckt, soll die Unmittelbarkeit und Intensität der Empfindungen illustrieren. Begierden Stellen Sie sich eine Person vor, die Alkohol trinkt. Das achte Glied, Begierden oder Begehren, ist der Wunsch, der aus den Empfindungen und Gefühlen des vorangegangenen Gliedes entsteht. Wenn Sie Angenehmes erfahren, soll es immer so weitergehen. Wenn Sie Schmerzen erfahren, sollen Sie aufhören. Ihr Wunsch, zu wiederholen, was angenehme Empfindungen auslöst und sich von etwas zu trennen, was Schmerzen verursacht, ist wie eine starke Sucht. Deshalb wird dieses Glied durch eine Person symbolisiert, die Alkohol trinkt. Begierden treten, wie die Empfindungen, ihr ganzes Leben lang auf. Doch dieses Glied spielt zum Zeitpunkt Ihres Todes eine entscheidende Rolle, wenn Sie den besonders starken Wunsch entwickeln, weiterzuleben. Lebenshang Stellen Sie sich eine Frau vor, die nach einer Frucht schnappt. Dieses Glied repräsentiert eine intensivere Form des Begehrens. Wenn ein Wunsch stärker wird, greifen Sie nach angenehmen Objekten, wie ein Affe nach Früchten schnappt. Wenn Sie dem Tode näher kommen, neigen Sie dazu, einen neuen Körper zu erhaschen, um den alten zu ersetzen, den Sie verlieren werden. Diese Handlung ist keine bewusste durchdachte Entscheidung Ihrerseits, sondern die automatische Konsequenz des Begehrens und Anhaftens, das Ihnen im Leben zur Gewohnheit geworden ist. Jetzt, da Ihr alter Körper stirbt, zwingt Sie Ihre tief verwurzelte Gewohnheit der Ich-Illusion einen Ersatz zu suchen. Neues Werden Stellen Sie sich eine schwangere Frau vor. Wenn die Glieder der Begierden und des Anhaftens zum Zeitpunkt des Todes stärker werden, fängt einer der vielen karmischen Samenkörner an zu reifen, die bereits in ihr Bewusstsein gepflanzt sind. Jetzt wird das Potenzial dieses Samens, die karmische Impression aktiviert, um direkt zu einem neuen Leben zu führen. Es wird durch die schwangere Frau symbolisiert, die kurz vor der Entbindung steht. Die Wiedergeburt ist gewährleistet. Geburt Stellen Sie sich eine gebärende Frau vor. Der Samen, der in dem vorangegangenen Glied Neues Werden aufgegangen ist, reift schließlich voll aus und ihr sterbendes Bewusstsein wird zu seiner nächsten Wiedergeburt getrieben. Dieses Glied wird durch eine gebärende Frau symbolisiert. Alter und Tod Stellen Sie sich eine Person vor, die einen Leichnam trägt. Mit dem Moment Ihrer Zeugung beginnt der Prozess, der unvermeidlich zu ihrer Entwicklung, ihrem Verfall und ihrem Tod führt. Auf diesem Weg sind Sie gezwungen, die Last unerwünschter Leiden zu tragen. Dies wird durch eine Person symbolisiert, die einen Leichnam trägt. Buddha wollte mit seiner Lehre der Zwölf Glieder, vom Nichtwissen bis zum Ende als Leichnam, nicht aufregen oder deprimieren, sondern nachdrücklich bewusst machen, wie durch Nichtwissen ausgelöste Handlungen zwangsläufig zu wiederkehrenden Leiden führen, um sie zu motivieren, einen Ausweg zu suchen. Das Leiden durchschneiden Die drei Schulungen Der spirituelle Reisende muss auf seiner Suche nach der Befreiung folgende Frage stellen. Wie kann ich diese zwölfgliedrige Kette des bedingten Entstehens durchschneiden, den Welten des Leidens entrinnen und dauerhaftes Glück und bleibenden Frieden erlangen? Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie das Schwächste dieser Zwölf Glieder finden. Als Buddha vor seiner Erleuchtung sechs Jahre die strengen Praktiken der Selbstverleugnung ausübte, etwa indem er stundenlang auf einem Bein stand oder nur ein Körnchen Reis pro Tag aß, versuchte er, das sechste und siebte Glied der Kette des bedingten Entstehens, Berührung und Empfindungen zu zerbrechen. Seine Überlegung war, wenn man die eigenen Sinne umfassend kontrollieren und lernen kann, selbst die schmerzlichsten Empfindungen auszuhalten, kann man das Leiden vollkommen besiegen. Doch am Ende der sechs Jahre entdeckte er, dass er seinem Ziel keinen Schritt näher gekommen war. Er war nur schwach und erschöpft. Zu versuchen, die Sinne durch Aushungern zu unterwerfen, funktioniert nicht, weil dadurch nur die äußeren Symptome des Leidens, nicht aber seine Ursachen bekämpft werden. Einige Leute scheinen zu denken, dass sie dauerhaftes Glück finden können, indem sie das zwölfte Glied der Kette des bedingten Entstehens, Alter und Tod angreifen. Sie vermeiden fettes Essen, treiben regelmäßig Sport, schmieren sich Cremes gegen Falten ins Gesicht, nehmen Vitamine ein, versuchen ihre Glatzen durch Haarverpflanzungen zu verleugnen. Sie tun das alles in der Hoffnung, sich durch ihr Verhalten vor dem Altwerden schützen zu können. Es ist sicher nützlich, wenn sie sich um ihre Gesundheit kümmern, doch keine Maßnahme kann Alter und Tod für immer hinauszögern. Die schwächsten der zwölf Glieder der Kette des bedingten Entstehens sind die, die auf den ersten Blick die stärksten zu sein scheinen. Die Glieder nicht wissen, begierden und bewusst werden. Sie sind dafür verantwortlich, dass der Zyklus der wiederkehrenden Leiden und der Unzufriedenheit überhaupt zustande kommt und wiederholt wird. Nichtwissen treibt die karmischen Handlungen an, welche die Samen des Leidens in den Geist pflanzen. Begierden und Bewusst werden bringen diese Samen zum Zeitpunkt des Todes zur Reife und treiben sie zu einer Wiedergeburt, in der weiteres Leiden und weitere Unzufriedenheit unvermeidlich sind. Diese drei Glieder Nichtwissen, Begierden mächtig, aber sie basieren alle auf einem grundlegenden Missverständnis, einer verzerrten Auffassung, einer Lüge. Sie klammern sich alle an eine Vorstellung von der Natur des Selbst oder Ich, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. In dieser Hinsicht sind sie schwach. Wenn sie die Weisheit erlangen können, die Dinge so zu sehen, wie sie tatsächlich sind, können sie diese Glieder durchschneiden und sich vollkommen vom Kreislauf der Existenzen befreien. Wir reden hier nicht von einem weltfernen, gefühllosen Rückzug vom Leben, sondern von der Freiheit von dem Leiden, das sie erfahren, wenn sie im Rad des Lebens gefangen sind. Laut Buddha besteht die einzige Methode, diese Freiheit zu erlangen, darin, die sogenannten Dreischulungen zu praktizieren, die wie ein Dreifuß die gesamte Struktur der buddhistischen Praxis Stützen, moralische Disziplin die Stärke, Konzentration die präzise Richtung, Weisheit das Werkzeug. Diese drei Schulungen werden mit der folgenden traditionellen Analogie erklärt. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Garten wüchse ein Baum, der giftige Früchte trägt. Natürlich möchten Sie sich und andere vor dieser Gefahr schützen und beschließen, das Obst loszu werden. Doch wie? Sie können versuchen, die Äste des Baumes zurückzuschneiden. Aber das hilft nur eine gewisse Zeit. Früher oder später wachsen die Äste nach und tragen neue giftige Früchte. Die giftigen Früchte in dieser Analogie stehen für die falschen Gedanken und irrigen Handlungen, die sie im Kreislauf der Existenzen gefangen halten und sie zwingen, immer wieder Leiden und Enttäuschungen zu erfahren. Die Äste zurückzuschneiden entspricht einem temporären Gegengift gegen dem Hass mit der Praxis der Geduld zu begegnen. Diese Maßnahmen helfen kurzfristig. Solange die Quelle dieser Täuschungen, in diesem Fall der Baum selbst, stehen bleibt, werden die Täuschungen früher oder später erneut auftauchen. Die einzige Methode, um die Gefahr vollkommen zu beseitigen, besteht darin, den Baum so zu fällen, dass er niemals nachwachsen kann. Der Stamm des Baumes ist das Nichtwissen, ihre falsche Art, ihre eigene Existenz und die aller anderen Dinge zu sehen. So wie sie drei verschiedene Dinge benötigen, um einen Baum zu fällen, eine scharfe Axt, eine präzise Richtung und einen starken Arm, brauchen sie auch die drei Schulungen, um sich aus dem Kreislauf der Existenzen zu befreien. Diese drei Schulungen arbeiten folgendermaßen zusammen. Eine scharfe Axt Ohne eine scharfe Axt werden sie nichts abschneiden können. In diesem Fall ist ihre Axt die Weisheit, die sie entwickeln, indem sie Buddhas Lehren hören, analysieren und schließlich über sie meditieren. Insbesondere müssen sie die durchdringende Weisheit entwickeln, direkt zu erkennen, dass das solide, konkrete Selbstgefühl, dem sie anhaften, eine Fiktion ist, eine falsche Projektion ihres Geistes. Eine präzise Richtung Eine Um den Stamm des Baumes durchzuhauen, brauchen sie eine präzise Richtung, damit sie immer und immer wieder denselben Punkt treffen. Wenn sie nur wild herumdreschen, kommen sie selbst mit der schärfsten Axt nicht weiter. Nur ein perfekt konzentrierter Geist, den sie entwickeln können, indem sie ihr Bewusstsein immer wieder auf ein gewähltes Meditationsobjekt zurückbringen, kann ihnen die präzise Richtung geben, mit der sie die Axt der Weisheit punktgenau einsetzen können. Falls ihre Aufmerksamkeit lax oder gestört ist, zielen sie in die falsche Richtung und ihre Weisheit wird niemals tiefer werden. Stärke Sie sind noch nicht fertig. Wenn sie körperlich nicht stark genug sind, können sie die Axt nicht präzise und kraftvoll schwingen. Dasselbe gilt für ihre spirituelle Praxis. Sie brauchen die Stärke, die aus der Beachtung des ethischen Verhaltens erwächst. Sie können nicht ein unethisches Leben führen und sich selbst und anderen schaden und dann hoffen, den Grad der Konzentration und Einsicht zu erlangen, der nötig ist, um das Nichtwissen aus ihrem Geist zu entfernen. Wenn sie alle drei Schulungen moralische Disziplin, Konzentration und Weisheit praktizieren, können sie, so lehrte Buddha, den Kreislauf der Existenzen endgültig unterbrechen und den unbeschreiblichen Frieden der Befreiung erfahren. Sie müssen nicht sterben, um das Nirvana zu erreichen, aber sie müssen ihren Geist sämen. Anders ausgedrückt, sie müssen sich der Schulung unterziehen, die in dem achtfachen Pfad erstmals beschrieben wurde, den Buddha in seiner ersten Lehrrede enthüllte. Wenn die moralische Selbstdisziplin die Grundlage bildet und die gesteigerte Konzentration den Fokus schafft, kann ihre Weisheit das Nichtwissen durchschneiden und ihnen helfen, sich aus dem Kreislauf des wiederkehrenden Elends genau in diesem Leben zu befreien. Zehn Möglichkeiten, wie der Buddhismus ihnen im Leben helfen kann. In diesem Kapitel geben wir ihnen zehn Ratschläge, wie sie mit den Einsichten aus Buddhas Lehren Alltagsprobleme bewältigen können. Einige Ratschläge sind sicher schwieriger zu befolgen als andere und manche wirken nur temporär. Aber wenn sie sich nach und nach in ihr Verhaltensrepertoire aufnehmen, könnten sich ihre Probleme allmählich verringern und sich ihr Glück und ihr Geistesfrieden merklich erhöhen. Große Erwartungen begraben Wahrscheinlich sind sie aufgebracht, wenn etwas in ihrem Leben falsch läuft. Wer wäre das nicht? Kritisiert zu werden, den Arbeitsplatz zu verlieren oder eine Beziehung zu beenden, sind nur einige Beispiele für schmerzliche Erfahrungen. Doch selbst wenn alles so läuft, wie sie sich das vorstellen, bleibt vielleicht der nagende Gedanke, ist das alles? Wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie sie gehofft haben, sollten sie näher analysieren. Vielleicht leiden sie ja, weil sie zu viel erwarten. Das Leben hat sich nicht vertraglich verpflichtet, ihnen alles zu liefern, was sie begehren. Es entfaltet sich mysteriös und unkontrollierbar. Je weniger sie sich gegen die Wirklichkeit der Dinge auflehnen, desto glücklicher und friedvoller werden sie sein. Den Wandel mit Würde akzeptieren Warum begehren Menschen andere Menschen und materielle Objekte. Zum Teil sicher, weil diese Menschen und Dinge so außerordentlich attraktiv zu sein scheinen, zumindest von einem normalen Standpunkt aus. Zuerst scheint diese attraktive Eigenschaft ein dauerhaftes, unveränderliches Attribut des begehrten Objekts zu sein. Doch ein wenig Nachdenken enthüllt, dass sich alles, was sie sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, unaufhörlich wandelt. Sie können sich Schwierigkeiten ersparen, wenn sie einfach diese Wirklichkeit akzeptieren, die Wirklichkeit der Vergänglichkeit. Sich ständig der Wirklichkeit des Wandels bewusst zu bleiben, schützt sie nicht nur vor den Gefahren des Begehrens und der Anhaftung, sondern kann sie auch vor Hass bewahren. Wenn sie erkennen, dass beide Kontrahenten, sie und die anstößige Person, bald das Gras von unten sehen werden, wird ihr Groll in die richtige Perspektive gerückt. Das konkrete Aufbrechen Der Buddhismus lehrt, dass Nichtwissen die Ursache von Leiden und Unzufriedenheit sei, insbesondere das Nichtwissen, das die Dinge konkret und eigenständig auffasst. Das Gegengift gegen dieses Nichtwissen ist letztlich die Weisheit, insbesondere die Weisheit, die die tiefe Bedeutung der gegenseitigen Abhängigkeit erkennt. Je besser sie lernen, Situationen sorgfältig zu analysieren, desto klarer erkennen sie, dass die Dinge nicht so substanziell oder abgegrenzt sind, wie sie zunächst erscheinen. Anstelle konkreter Objekte mit Ecken und Kanten erkennen sie allmählich locker verbundene, voneinander abhängende Phänomene, Gefühle, Gedanken, Empfindungen, bei denen es in hohem Maße darauf ankommt, wie sie sie wahrnehmen und interpretieren. Diese offenere Auffassung lässt keinen Raum für Hass. Vorgeben ein Buddha zu sein. Wenn alle anderen Methoden scheitern, mit einer schwierigen Situation fertig zu werden, warum tun sie dann nicht einfach so, als seien sie ein Buddha? Setzen sie sich ruhig hin und lassen sie die Situation einschließlich der äußeren Umstände und ihrer eigenen Reaktionen darauf, wie eine Welle über sich hinweg rollen. Fühlen sie, was immer sie fühlen, aber reagieren sie nicht darauf. Ihrem Auto beim Rosten zuschauen Die meisten sind oft mit ihrem materiellen Besitz unzufrieden. Autos haben Pannen, der Fernsehbildschirm wird schwarz und ihr gutes Porzellan zerbricht. Die Folgen Frust, Ärger, zusätzliche Mühe und unerwünschte Ausgaben. In Wirklichkeit können sie nichts dagegen tun, dass ihr Besitz zerfällt. Es spielt keine Rolle, wie sorgfältig sie ihn behandeln und pflegen. Sein Zerfall ist unvermeidlich. Doch sie können sich unnötigen Gram ersparen, indem sie erkennen, dass alle materiellen Dinge vergänglich und deshalb dem Wandel unterworfen sind. Das wirkliche Problem liegt nicht darin, dass die Dinge permanent zu sein scheinen, sondern dass sie dieses falsche Aussehen für die Wirklichkeit selbst halten. Wenn die Dinge dann zu zerfallen beginnen, erleben sie unnötigerweise Gram und Angst. Die Lösung ist einfach. Denken Sie immer wieder an die Wahrheit der Vergänglichkeit, besonders, wenn sie sich dabei ertappen, einen Besitz zu bewundern, als würde er für immer bestehen. Erkennen, was ihnen gehört, ist nicht wirklich ihr Besitz. Materielle Besitztümer können nicht nur beschädigt werden, sie können auch verloren gehen. Dies kann ziemlich ärgerlich sein, besonders, wenn der verlorene Gegenstand teuer war oder schwer zu ersetzen ist. Eine besonders hinderliche Einstellung übertreibt ihr Verlustgefühl, verstärkt ihren Ärger und macht den Verlust schwerer zu ertragen. Wenn sie diese Einstellung umkehren oder überwinden, können sie recht viele Schmerzen vermeiden. Es geht hier um die Einstellung zu Besitztümern, die wie alle unheilsamen Vorstellungen nur eine Projektion ihres Geistes ist. Sie funktioniert folgendermaßen. Wenn sie einen Gegenstand in einem können sie zwar zu ihm hingezogen werden, aber sie glauben nicht, dass er ihnen gehört. Doch sobald sie das Objekt bezahlt und mit nach Hause genommen haben, betrachten sie es als ihr eigenes. Es wird Bestandteil ihres Selbstbildes und des Bildes, das sie nach außen projizieren. Wieder ihr besseres Wissen entwickeln sie schließlich das Gefühl, dass ihnen dieser Gegenstand immer gehört hätte, fast als wäre er ein Teil von ihnen. Ihn dann zu verlieren bedeutet einen Teil von sich selbst verlieren. Das Gegengift gegen diese Täuschung ist die Erkenntnis, dass die Dinge und Menschen, die ihnen angeblich gehören, nicht wirklich ihr Eigentum sind. Sie sind nur ihr derzeitiger Verwalter. Es gab eine Zeit in der Vergangenheit, als sie mit diesen Gegenständen keine Verbindung hatten. Und es wird sein wird. Die flüchtige Gegenwart nimmt den Platz zwischen diesen beiden Zeitabschnitten ein und ihre Verbindung mit diesen Gegenständen ist gleichermaßen flüchtig. Wenn sie lernen können, Dinge auf diese Art frei von allen übertriebenen Vorstellungen des Besitzes zu betrachten, können sie erheblich angstfreier sowohl mit ihnen als auch ohne sie leben. Mitleid mit einem Dieb empfinden. Etwas einfach zu verlieren ist schlimm genug. Bestohlen zu werden ist sehr viel schlimmer. Falls sie jemals Opfer eines Diebstahls geworden sind, wissen sie wie schmerzhaft diese Erfahrung sein kann. Wenn sie bestohlen werden, ärgern sie sich normalerweise über den Dieb. Sie könnten sich auch wünschen, dass er gefasst und für seine Verbrechen bestraft werde oder dass ihm etwas Schlimmes widerfahren möge. Ihr Geist füllt sich mit Groll und Gedanken an Rache oder Vergeltung. Doch diese Gedanken sind schlimmer als nutzlos. Sie tragen nicht dazu bei, das Gestohlene zurückzubekommen und helfen der Polizei nicht, den Dieb zu fassen, sie steigern nur ihre Aufregung und Unruhe. Aber sie können etwas tun, um die Situation zu verbessern und sich zu beruhigen. Sie können dem Dieb den gestohlenen Gegenstand schenken. Auch wenn sie ihm das Objekt physisch nicht mehr übergeben können, schließlich hat er es bereits genommen, können sie es ihm im Geiste geben. Lassen sie einfach ihre Besitzansprüche los und stellen sie sich vor, dass sie dem Dieb das Objekt schenken. Natürlich wissen wir, dass diese Technik etwas unlogisch zu sein scheint. Schließlich sind sie genau deswegen Doch indem sie anbieten auf ihn zu verzichten, bieten sie auch an ihrer Anhaftung aufzugeben. Diese Handlung mag wie eine leere Geste aussehen, aber wenn sie sie rückhaltlos und mit dem Bewusstsein ausführen, dass sie im besten Interesse aller Betroffenen sei, können sie Groll durch Großzügigkeit ersetzen, was in vielerlei Hinsicht unbedingt hilfreich ist. Bei Schmerzen nicht in Selbstmitleid bedeutet auch Schmerzen und Unbehagen zu erfahren. Wenn diese unvermeidlichen Schmerzen auftreten, hängt die Intensität, mit der sie sie erleben, in hohem Maße von ihrer mentalen Einstellung ab. Schmerz drängt viele in die Falle einer Mentalität des Selbstmitleids. Sie finden, das Leben sei unfair und das Schicksal meine es nicht gut mit ihnen und sie können nur noch an ihr Leiden denken. Die nicht nur an sich selbst zu denken. Diese Übung ist sicher nicht leicht, besonders wenn man pochende Kopfschmerzen oder andere starke körperliche Schmerzen hat, doch sie ist zweifellos möglich. Der Schlüssel besteht darin, zu erkennen, dass viele andere Menschen gerade jetzt dieselbe Art von Leiden ertragen müssen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Nur zu erkennen, dass sie mit ihrem Leiden nicht allein sind, verringert die Last ihres Schmerzes und ihr Selbstmitleid. Doch sie können dies auch auf einer anderen Ebene betrachten. Sie können den folgenden mitfühlenden Gedanken erzeugen. Möge meine Erfahrung dieser Kopfschmerzen stark genug sein, um das Leiden aller anderen zu beenden. Aus ihrem Herzen heraustreffen sie die Entscheidung, mit ihrer Erfahrung die Schmerzen anderer zu lindern. Natürlich wissen wir, dass die Kopfschmerzen ihres Nachbarn das letzte sind, an das sie denken, wenn sie sich vor Schmerzen krümmen. Es geht auch nicht darum, sich selbst zu bestrafen. Stattdessen betrachten sie ihre Erfahrung willentlich von einem anderen Standpunkt. Sie haben immer noch dieselben Kopfschmerzen, aber sie legen ihnen jetzt die Bedeutung und den Zweck bei, mit ihnen die Bande der Sympathie zu stärken, die sie mit allen anderen Wesen verbindet. Ihr Schmerz ist nicht mehr nur ein persönliches Leiden, sondern eine Gelegenheit, sich mit anderen zu verbinden. Diese Praxis hat den Hauptvorteil, ihr Mitgefühl zu stärken. Doch manchmal bringt sie einen unerwarteten Bonus, ihre Kopfschmerzen verschwinden. Den Projektor abschalten. Menschen, die Ärger machen, lassen sich in zwei Gruppen einteilen, die, denen sie aus dem Weg gehen können, und die anderen. Wie können sie mit Menschen aus der zweiten Gruppe umgehen? Vom buddhistischen Standpunkt her ist es viel wirksamer, zu versuchen, sich selbst zu ändern, als einen anderen zu ändern. Und denken sie daran, dass die zugrunde liegende Ursache der meisten, wenn nicht sogar aller Probleme in den verzerrten Auffassungen liegen, die sie auf Situationen projizieren. Wenn sie andere Menschen gewohnheitsmäßig als ärgerlich erleben, schieben sie ihnen die Schuld für ihr unglücklich sein zu, obwohl sie sich nur selbst ärgern. Was also können sie machen, um ihre Beziehung zu verbessern? Wie kommen sie aus der Ecke, in die sie sich manövriert haben? Sie können anfangen, sich die andere Person alleine in der Meditation ohne ihre gewohnten Projektionen zu vergegenwärtigen. Jeder möchte einfach glücklich sein und leiden vermeiden. Betrachten sie die nervende Person eine Weile unter diesem Aspekt und versuchen sie, ihr Herz für sie zu öffnen. Wenn sie dies eine Zeit lang üben, werden sie schließlich nervende Menschen in einem anderen Licht sehen. Finden sie heraus, wohin sie durch diese Übung getragen werden. Mit ungebetenen Gästen umgehen. Viele können fliegen, spinnen und andere Kriechtiere nicht ausstehen. Falls eines dieser Insekten mutig genug ist, in ihr Haus zu kommen, greifen sie sofort nach einem Insektenspray oder einer Zeitung und fallen über das Insekt her. Diese Menschen sehen in einer Ameise, einer Biene oder einer Mücke nur eine Bedrohung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens und fühlen sich deshalb berechtigt, dieses Wesen so schnell wie möglich zu eliminieren. Doch gemäß den leeren Buddhas hat das Töten von Insekten und anderen Kreaturen karmische karmische Konsequenzen ihre kurzfristige Lösung eines Problems etwa eine nervende Fliege zu zerquetschen kann sie künftig in größere Schwierigkeiten bringen. Außerdem gewöhnen sie sich an den Akt des Tötens und es lohnt sich ganz gewiss nicht diese Gewohnheit zu kultivieren. Es gibt viele Möglichkeiten diese Lebewesen loszuwerden ohne sie zu töten. Allerdings benötigen die meisten viel mehr Zeit und Energie als einfach auf einen Knopf zu drücken und den Rest einem Insektizid zu überlassen. Um sich selbst davon zu überzeugen dass diese humaneren Ansätze die Mühe lohnen sollten sie ihre Einstellung gegenüber Insekten und allen Lebewesen ändern und anerkennen dass sie denselben Wunsch und dasselbe Recht zu leben haben wie sie. Anders ausgedrückt stellen sie eine persönlichere Beziehung zu ihnen her. Wenn sie an das nervige Sirren und den schmerzhaften Stich einer Mücke denken entdecken sie ein Wesen das einfach ums Überleben kämpft. Dieser kleine Kerl will sie nicht aus Bosheit ärgern. Für ihn sind sie einfach nur eine Nahrungsquelle. Afrika schmerzhaften B die Ör schmerzhaften Untertitelung des ZDF, 2020